Und deswegen freuen wir uns riesig auf Out of Bounds. Es ist wieder soweit. Endlich, Out of Bounds, die dritte Folge dieser Saison, Stoney, unglaublich aber wahr. Wir freuen uns riesig darüber und wir freuen uns auch, was zum Teufel passiert hier, Stoney. Wieso singst du ein? Ja, das sind die kleinen Sachen, wenn man auf einen Sessel ankommt und sich dann runterhydralisiert. Was zum Teufel? Ja, aber wie schnell? Du konntest es nicht zwischendurch stoppen oder was? Nein, ich habe mich so leibend einklemmt, dass ich drauf blieb. Das ist wie wenn der Tennisball unter dem Gaspedal ist oder Bremse und du willst. Ich habe mich selbst runterhydralisiert. Ja, das merke ich. Du kannst aber bestätigen, dass wir überall online sind. Wir sind auf alle Fälle auf YouTube online. Das ist eh das Wichtigste. Der Rest ist eh wurscht. Twitch sind wir auch. Okay, Twitchy, Twitchy. Passt, super. Aber dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit. Ja, wir haben es nämlich. Wir haben es nämlich. Genau so ist es. Und erzählen wir den Leuten, was über die letzte Woche, über die letzte AFL-Woche. Es war die Woche Nummer zwei und es war ein absoluter Traum. Wir haben das Spiel live streamen dürfen. Das Spiel, der Spieler muss man ehrlich sagen, nämlich der Meister, ist eingestiegen in das ganze Geschehen, die Daniel-Dragons. Wir durften das alles filmen und kommentieren für die Daniel-Dragons, für den AFL und natürlich irgendwo auch für die Swag Raiders Tirol. Die haben ja auch davon profitiert, dass wir das da online gestellt haben. Es war ein absoluter Traum. Wir freuen uns riesig drüber. Und ich würde sagen, wir reden nicht nur über dieses Spiel. Denn am Sonntag gab es dann nochmal einen Kracher. Die Vikings haben gegen die Black Panthers gespielt in einer Partie, die irgendwann einmal auf einmal super spannend wurde gegen Ende, wo ich dann schon abgedreht habe. Das ist mein Glück. Ich zitiere da nur aus dem Chat. Luck, das war ein Fehler. Starten wir her. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur dritten Folge Out of Bounds, AFL-Woche Nummer zwei sind die Books. Und ich übergebe wie immer ganz, ganz herzlich und sehr gerne dieses Wort an meinen Co-Kommentator oder meine bessere Hälfte an den Stoney. Stoney, wie geht es dir? Top, top. Und ich hoffe euch auch. War schon eine geile Woche und ich freue mich auch schon auf diese Woche, weil da haben wir ja zum ersten Mal so ein Full Slate of Games. Alle sind aktiv. Wir haben eine ganze... Ich glaube, die Dags steigen auch ein ins Geschehen. Ist ja auch wild in der Woche drei. Endlich sind die Dags... Ich glaube, die Dags sind diese Woche eher Stiere. Weißt du, die schon so richtig ready sind. Wenn du die jetzt rauslässt, bam. Ich glaube, die werden richtig daherkommen. Freut mich natürlich. Natürlich auch... Starby. Es heißt wieder mal in Wien, wie immer. Grün gegen Violett. Wow, let's go. Die Woche ist heiß, aber die letzte war es auch. So wie du gesagt hast. The Jam is here. Let's go. Let's go. Genau so ist es. Wir reden über alle drei Spiele, die wir dieses Wochenende gesehen haben. Außerdem werfen wir auch noch einen Blick nach vor. Und wir fragen uns, wie weit sind die Verfolger weg vom Spitzenfeld? Wie viel Ausgelegenheit hat die Liga denn wirklich? Wir waren ja immer der Meinung oder vor allem am Anfang der Saison der Meinung, dass es sehr ausgeglichen wird. Ist es das auch? Können wir das schon nach zwei Wochen sagen? Darüber werden wir auf jeden Fall reden. Und apropos Wiener David, habe ich noch eine gute Geschichte über den Platzwart vom Donaufeldplatz. Aber dazu kommen wir gleich apropos Donaufeldplatz, Tony. Wir waren vor Ort und wir durften das Spiel der Danyp Dragons gegen die Swargo Raiders Tirol streamen. Danke vielmals an alle, die uns hier unterstützt haben, die vor allem auch vor den Streaming-Geräten waren. Das Ganze hat bald 3000 Klicks. Das freut uns riesig, dass es gut angekommen ist. Wir haben positives Feedback bekommen. Und außer, Tony, scheinbar hat es einem Zuseher überhaupt nicht gefallen, dass du eine Pro-Raiders und Pro-Vikings-Show abgezogen hast. Möchtest du dazu etwas sagen? Kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Und wenn er da anspielt auf Team Tonko-Touchdown und so weiter. Und ich sage es noch einmal. Wenn ein 18-, 19-Jähriger, es ist mir wirklich wurscht, Österreicher, rasiert, Woche und dann nächste Woche wieder. Hey, wenn das dann parteiisch ist, dann bin ich parteiisch. Weil da wäre ich immer durch dran, das ist unser Team, diese U20 und du weißt das, auch diese U19-Teams, das haben wir schon gesagt, das ist unser Team. Und das werde ich immer machen. Woche für Woche für Woche. Und da hat man richtig da, TT6, let's fucking go, war mörderisch. Und ja, wenn das parteiisch ist, dann bin ich es. Aber ich glaube, sonst war es eigentlich ziemlich solid. Das ist der Ello natürlich mit seiner Raiders-Background-Geschichte. Was heißt Background? Er ist de facto der Stiefvater von allen jungen Raiders. Er hat mit jedem irgendwie einen Verwandt, verschwägt, etc. Ist auch klar, dass das mitschwingt. Aber ich glaube trotzdem, wir waren da nicht irgendwie wild. Und ich finde, das war alles im Rahmen. Und noch einmal, Team Tonko, let's fucking go. Woche für Woche wäre ich da durchdrehen. Das ist halt einfach so. So ist es. Wir waren auch sehr zufrieden. Wir wissen allerdings auch, dass wir Steigerungspotenzial nach oben haben. Wir haben auch noch einmal nachgebessert. Wir werden ein besseres Stativ haben. Das heißt, die Kamera wird weniger wackelig werden. Das verspreche ich hier gleich. Das Kommentar wird wieder mal ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben diesmal keinen Lieblingsnachbarn dabei. Wir sind noch in Verhandlungen, Stoni. Wir können das heute noch nicht bekannt geben, wer der Co-Kommentator ist. Oder können wir das schon machen? Nein, möchte ich nicht. Weil das ist auch dann respektlos gegen alle anderen und so weiter. Und es soll sich da keiner unter Druck gesetzt fühlen. Jeder, der Bock und Zeit hat. Wir haben natürlich auch so unsere Kontakte, wie man so schön sagt. Weißt du, Handy rauf, runter. Ja, es wird auf alle Fälle ein Top-Fachmann sein. Das ist klar. Weil ihr wollt es nicht mehr eingeschwätzt die ganze Zeit hören. Und wir werden sicher, wenn wir aus dem Hut zauen. So, aber jetzt genug über uns und über die Selbstbeweihräucherung. Reden wir über das Spiel, Stoni. Die Dragons zeigen im ersten Saisonspiel keine unbedingt perfekte Vorstellung. Muss man auch ehrlich sagen. Das Wetter war natürlich ein Faktor in allen Spielen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber, und das muss ich sagen, vor allem eine Endzone-Interception war dabei von Alex Durie. An und für sich hätte ich eigentlich geglaubt, dass die Dragons sich ein bisschen leichter tun werden. Hatten allerdings das Glück, dass eigentlich sie defensiv wenig Probleme hatten. Ihre D-Line ist wahrscheinlich die beste in der Liga. Und das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Und dann kommt dazu, dass sie in der Offense einen neuen Mann ausgepackt haben, der sehr spontan auf den Schirm gekommen ist. Er war nicht in meinen Fantasy-Lineups. Aber dieser McShane, muss man schon ehrlich sagen, der ist sowohl eine Waffe im Return-Game als auch im Running-Game. Im Return-Game war er ein absoluter Wahnsinn. Denn ich habe auch hier ein Highlight von einem seiner Läufe hier drinnen. Und dann auch noch von einem seiner Return-Touchdowns. Den hat er ja gemacht, einen. Der andere war ein Rushing-Touchdown. Es war auf jeden Fall eine sehr starke Vorstellung von ihm. Ich glaube, je mehr sich dieses Team einspielt, desto besser wird er. Sagen wir mal, beginnen wir mal bei den Daniel-Dragons, Tony. Beginnen wir bei der D-Line. Ist das wirklich genau der Grund, weswegen wir die Daniel-Dragons wieder ganz oben in unseren Power-Rankings drinnen haben müssen? Ja, auf alle Fälle. Und wieder, das setzt sich halt fort. Sie sind mit einer der besten Defenses. Gesamt, die D-Line ist special. Muss man sagen, wie sie ist. Da ist auch jedes Mal Feuer da. Martin hat in Wirklichkeit nie wirklich Zeit gehabt. Also die haben in Wirklichkeit einen Meldezettel im Backfield von den Raiders gehabt. Ist schwierig dann natürlich, muss man auch sagen. Aber man hat eben auch gemerkt, so wie es das du angesprochen hast, wenn du in Woche zwei erst dein erstes Spiel hast, das dauert dann ein bisschen, bis das alles wahrscheinlich so diese Mechanismen, die da so in Gang kommen, bis es klickt. Und ja, es war in Wirklichkeit dann solide, würde ich mal sagen. Das, was sie machen haben müssen, so Turnierpferd-mäßig. So springen wir so hoch, wie wir müssen. Mehr war es aber dann nicht. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann macht eben ein McShane den Unterschied. Der Typ ist elektrisch. Den kannst du nicht tacklen, da musst du wahrscheinlich zu zweit, zu dritt. Mit einem Tackle hat er meistens gebrochen. Für vier Yards ist er auch fast immer gerend. Also das kann wirklich schwierig werden oder auch zermürbend. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Überhaupt mit Löcher da als H-Back davor. Der hittet Löcher und Bump-Lock. Dann ist natürlich für so einen Mann irre. Wenn der da so ein bisschen im Openfield umeinander rennt, wird es ganz, ganz schwer. Das hat man dann eben auch gemerkt. Aber ich sage es noch einmal, die Defense der Raiders war wirklich da. Jedes Mal, wenn die Field-Position für die Dragons nicht 30 Yards vor der Endzone war oder irgendwo deep in der gegnerischen Hefte, hat man auch gesehen, dass es dann nicht so leicht ist. Und ich glaube eben, das ist zurückzuführen auf das, dass sie eben ihr erstes Spiel erst gehabt haben. Das wird sich wahrscheinlich erst so einpendeln. Ja, zurzeit, Dragons, ihr wisst das, wenn euch das hilft, wenn euch das motiviert, zurzeit seid ihr halt nur so Grisus. Keine richtigen Drachen. Ja, und es wird vielleicht erst wieder kommen. Da freue ich mich schon wieder auf die Städte. Ja, ich sage es mal. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, ich bin bei dir. Ich glaube, die Damned Dragons haben das gemacht, was sie machen mussten. Brilliert haben sie nicht, wollten sie vielleicht auch gar nicht. Bei dem Wetter, glaube ich, wollten wir so schnell wie möglich wieder nach Hause. Apropos Wetter, das, glaube ich, hat den Raiders nicht wirklich in die Karten gespielt. Denn das hat dann vielleicht dazu geführt, dass man weniger passen konnte, als man es wollte. Hat aber auch, was mich dann wirklich überrascht hat, war eben, dass Tim Tonko eher so ein bisschen im Doghouse war. Oder wie man sagt, nur sechs rushing attempts. Scored allerdings einen Touchdown, den ich hier auch noch einspielen kann. Mich hat dich das auch überrascht, dass wir erst relativ spät in der Partie viel von Tim Tonko gesehen haben. Jetzt kann ich zwar einen Namen festmachen, es war ja auch dann mit Schneider auch nicht so viel besser. Und das ist halt schon auch eben dem geschuldet, dass das der Champ ist, dass die Defense halt schon legit ist, ist, dass du in Wirklichkeit nie an runden Drive irgendwie so richtig ins Rollen kommen bist. Immer tief in der eigenen Hälfte, kurz vor der Endzone, auch nach dieser Interception. Ja, leibend, dass du das machst, aber in Wirklichkeit stehst du dann mit dem Rücken zur Wand. Und das hat man dann halt schon gemerkt. Da ist das Playbook ganz klein, der Gegner sehr groß und so weiter und so fort. Und dann wird es halt schwierig. Ich glaube, der ganze Flow war nicht so wie im ersten Spiel, wie gegen die Rangers. Die sind einfach gar nicht so reingekommen, dass sie da ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Weil wir haben ja auch nicht viel gesehen über das Passing-Game etc. Es war schwierig. Das ist halt einfach gegen einen Champ. Ja, das sind halt keine Nasenbohrer, muss man halt auch sagen. Grisous vielleicht zur Zeit noch, aber keine Nasenbohrer. Und das haben sie eben dann auch gezeigt. Das war halt ziemlich souverän, schwierig. Und ja, ich glaube, prinzipiell sieht man aber das, was man sehen will von einer jungen Truppe. Sie sind giftig und eben cocky, muss man auch sagen. Enno und ich haben das halt sehr gefeiert dann. Alleine das, dass du nicht nach Wien kommst und dort dann halt herkommst und dann ihnen gratulierst. Aber es ist halt schwierig. Du kommst nicht hin und haust den Meister weg. Ich wollte eben sagen, was man auch dann im Chat gelesen hat, während dem Livestream, war, dass die Tiroler oder die Tirol-Fans, die da geschrieben haben, dass die eigentlich sehr zufrieden waren damit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Spieler und die Mannschaft selber eigentlich zufrieden sind. Sie haben den Gap zu den Dragons geschlossen. Also jetzt nicht ganz aufgeschlossen, aber es ist kleiner geworden. Sie sind besser geworden als letztes Jahr. Und ich glaube, das muss das Ziel sein einer jungen Raiders-Truppe, die sagt, okay, wir haben jetzt jahrelang, oder sagen wir mal doch auch jahrelang, kann man schon sagen, nicht so ausgesehen, wie wir uns das erwarten. Das ist nicht Anspruch der Raiders. Step by Step by Step. Und ich glaube, das ist ein Schritt nach vor. Dieses Spiel gibt, glaube ich, im Endeffekt Mut. Und wir reden immer sehr gerne über moralische Siege hier. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ihnen gut tut, dieses Spiel, den Raiders. Zumindest war das, was man dort so gelesen hat. Der O-Ton, der Fans. So, Stoney, dann schauen wir gleich weiter. Das nächste Spiel. Die Giants, die Grazsteins, stürmen zu einem mit 2 zu 0, möchte ich sagen, weil stürmen, das war das, was das Wetter dort war. Stoney, das war eine Katastrophe. Also, wir hatten Glück, weil das war zeitgleich, dieses Spiel. Und scheinbar war es ihnen möglich, aber wirklich doppelt so schlimm. Wir haben da, und da wieder mal ein ganz großes Dankeschön an das Social-Media-Team, der Grazsteins. Die haben auch tolle Clips zu spielten. Also, das hat dort gestürmt, Storie. Das glaubst du nicht. Deswegen war das natürlich auch nicht unbedingt eine Heavy-Passing-Veranstaltung, wie du dir das vorstellen kannst. Das Ganze war natürlich auf Running Game ausgelegt. Das haben die Grazsteins auch gemacht. Die können das auch. Wir wissen das. Blackman etc. Das ist eine Spezialität von denen. Aber vor allem finde ich auch eben, dass die Defense wieder gezeigt hat, dass sie eben ein Shoutout machen kann. Und ich glaube, das war eben das, was wir auch dieses Jahr von den Grazsteins sehen wollten. Wir wollten eine bessere Defense sehen. Im ersten Spiel haben wir gedacht, vielleicht ist das Fluky, ist es nicht Fluky. Jetzt weiß ich halt nichts, Tony. Sind es die Rangers, die so schwach sind in der Offense? Oder war es einfach doch wieder eine gute Defense der Grazsteins? Ich glaube einfach, dass solche Sachen, so wie du es eben auch vorher gesagt hast, das Wetter, das spielt dir in die Karten, wenn du zwar der Außenseiter bist, aber wenn du ein bisschen eingespielt bist, wenn da ein bisschen was schon, ja, was da ist. Und ich glaube eben, dass dieser Neustart, auch bei den Rangers, das dauert halt ein bisschen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn du da jahrelang eben so zusammenspielst in der Konstellation und wenn das eben dann schon so ist, tust du wahrscheinlich leichter, auch bei solchen Bedingungen. Und das, glaube ich, sieht man bei den Giants. Sie sind erst einmal früh in der Saison immer dick da. Also die Vorbereitung dürfe dort immer passen. Sie sind im Kopf da. Bei ihnen ist das erste Spiel genauso wie das in Woche 8, 9. Wenn du dann eben die Black Panthers schlagst, auch wenn es ein Overtime will, ist es scheißegal. Am Schluss steht ein W da. Dann fasst schon mal ganz anders zum Auswärtsspiel. Und dann kommen diese widrigen Bedingungen, die für beide zwar gleich sind, aber natürlich leichter bzw. zum Handeln eher besser sind für ein Team, wo es funktioniert, wo die Abläufe stimmen und die sich halt auch schon ein Zeitalterl kennen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil ja, er fehlt halt. Der Head Coach ist ja, der Quarterback ist jetzt der Head Coach und das merkt man halt. Das ist halt schwierig. Aber das ist genau das Ding. Ich möchte zuerst noch mal bei den Grazer bleiben. Ich glaube eben, dass wir definitiv auch sagen müssen, natürlich, die haben Abgänge. Die haben Abgänge. Das ist überhaupt keine Frage. Das wissen wir auch. Trotzdem glaube ich eben, Wisser schaut aus wie ein Quarterback, der alles unter Kontrolle hat, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Sie haben einen Nachwuchs, wo viel nachkommt. Das schaut auch gut aus. Vor allem in der Defense eben auch. Ich glaube, dass das wahrscheinlich derzeit das drittbeste Team in der Liga ist. Davon gehe ich tatsächlich aus. Und bei den Rangers ist mir halt die Frage, Sonny, was braucht die Offense? Glaubst du, dass sie sich verzockt haben mit ihrem Move, dass sie Breuer eben auf die Head Coach Position geben und dann eben einen Import Quarterback holen? Was sagst du? Haben sie sich da verzockt? Könnten sie das vielleicht unter dem Jahr jetzt noch ändern? Was sagst du dazu? Was sagst du zu der Idee, dass Breuer einfach wieder übernimmt als Quarterback? Wow, so Spielercoach. Wer will, wer will. Ich weiß es auch nicht. Ich sage auch ganz ehrlich, das wäre jetzt richtig unfair. Das wäre jetzt richtig unfair. Aus der Ferne jetzt. Das traue ich mich gar nicht irgendwie so zu beurteilen. Und ich glaube, was sie brauchen, ist Zeit. Lacken ist Zeit. Und ich sage mal so. Ja, aber die hast du halt nicht. Ja, ähnlich, genau. Und die hast du eben nicht. Und diese Saison wird es ganz, ganz schwierig. Ich sage es, wie es ist. Das ist halt auch bitter. Du kriegst zuerst einmal eine drüber in die Roll. Jetzt kommen dann die Giants. Es wird halt nie leichter. Und wenn du dann schon mal so mit dem Rücken zur Wand bist, dann du weißt, wie das ist. Du hechelst dann diesen ersten W hinterher. Und bis das kommt, ist es halt einfach schwierig. Da ist auch diese Motivation und den Kopf, dass du da fokussiert bleibst und so, ist halt wirklich hart. Und ich weiß nicht, ob es dann besser wäre, dass er wieder als Quarterback aufrennt oder nicht. Ich glaube, irgendwann musst du ja auch einmal so diesen Punkt machen oder den Trigger drücken. Und das ist halt dieses Jahr. Und wahrscheinlich wird es ein eher zacheres für die Rangers. Ich habe mir nur gedacht, ich sage da ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Bad Weather Game. Das wäre doch diese Partie durch Breuer written all over it. Also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, weswegen man sich vielleicht ärgern wird bei den Rangers, ist, die Defense ist da scheinbar. Ich weiß, im ersten Spiel hat man über 40 kassiert, aber zur Halbzeit waren es nur 10 Punkte, die man kassiert hat von einer talentierten Raiders Offense. Jetzt waren es 13 Punkte, die man ebenfalls gegen eine talentierte Offense nur zulassen hat. Die Defense wäre da. Ich weiß noch nicht, ob sie es in der Offense ebenso, wie du sagst, mit der Zeit noch hinbekommen. Weil das wird halt dann eben schwierig. Moralisch gesehen, glaube ich, wird das schwer, wenn du dann sagst, boah, jetzt kriegen wir es wieder nicht hin, wieder nicht hin, wieder nicht hin. Weiß nicht, wie lange sie sich selber Zeit lassen wollen und ob sie nicht eben einen Plan B dann auch noch von irgendwo auspacken können. Weil gefühlt, was man sich so von Social Media auch gesehen hat und so, fand ich den Auftritt der Rangers dieses Jahr eigentlich sehr, sehr gut und ich war der Meinung, dass da ein bisschen ein Wind kommt, ein frischer Wind und dass man das vielleicht eben auch diesen anderen Weg, diesen Weg mit Boyer als Headcoach da riskieren will. Fand ich eher positiv, aber jetzt muss man halt ganz ehrlich sagen, das ist halt doch relativ sehr wenig. Insgesamt waren es offensiv nur 153 Yards. Im ersten Spiel waren es nicht unbedingt viel mehr. Es ist halt eben zart. Weil ich glaube, so wird dann auch irgendwann einmal der Defense am Wecker gehen, wenn man so sagen kann. Das sicherlich, das ist auch so eine Sache. Aber Lackert, was wäre jetzt dieser Zick-Zack-Move? Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt wieder umschwenkst und jetzt dann bist du ja auch irgendwie, dann hast du ja auch nicht irgendwie eine Linie. Dann ist das, das, vielleicht funktioniert das dann auch nicht. Dann stehst du noch blöder da, weil dann schaut es irgendwie aus, wenn es Chaos ist, kopflos und so weiter. Ich glaube einfach, da muss man halt dann einmal durch. Das ist halt vielleicht jetzt ein bisschen bitter, aber ja, die Zeit wird uns zeigen, ob es richtig oder falsch ist. Hear me out. Hear me out, okay? Du hast erster Snap, auf einmal hast du zwei Quarterbacks am Feld. Breuer und der Import. Und dann, du verstehst, hear me out. Vier, fünf Spielzüge. Vier, fünf Spielzüge. Geh da selber rein. Also, Rangers, wenn sie noch einen Offensive-Florinator, oder? Ein tricky Play braucht. Luckett ist da für euch. Ich kann ja alle aufschauen. Es kann ja sein. Ja, ich sage jetzt nicht, mit zwei Quarterbacks daherkommen, aber du weißt, wie es ist. Einmal kommt irgend so ein Wildcats-Scheme und so weiter. Natürlich. Aber ich glaube, dieses Zurückrudern ist, glaube ich, nicht das Richtige. Da bin ich bei dir. Ich glaube, ich würde es nicht machen, wenn ich es jetzt wieder umschwenken und dann wieder zurückschwenken und wieder hin, dann, glaube ich, machst du einfach, ja, du machst da viele Fronten auf, wo du angreifbar bist dann. Vollkommen richtig. Und dann kommen wir zur letzten Partie, die wir dieses Wochenende gesehen haben. Es waren die Vienna Vikings, die ebenfalls in einem, ja, der phasenweise ebenfalls sehr, sehr schlechten Wetter in Prag dominiert haben. Am Anfang, muss man auch ganz ehrlich sagen, rausgekommen sind, die wie eine Rakete. Gleich einmal der erste Touchdown auf Maximilian-Fan. Du hast es auch noch einmal recherchiert, sondern er heißt nicht Maximilian, er heißt Maximilian. Ja. Wow. If you have, ja, dann ist er really strong. Er ist nicht so really strong, er ist ein Name-Game, sondern auch sein Game so. Er war der überragende Mann des Tages, Tony, 13 Reception, 205 Yards und drei Touchdowns. Ich habe ihn nicht in meinem Fantasy-Team gehabt, das ärgert mich extrem, das wird mir nicht noch einmal passieren. Der Mann ist eine Wucht, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ein Wide-Receiver ist nur so gut wie sein Quarterback. Und da muss man auch sagen, Tony, du hast es vorher in unserem Cold-Cold-Off, wo wir miteinander nur immer reden, gesagt, der Ruder ist on fire, hast du gesagt. Ja, Wahnsinn, der ist in Mid-Season-Form im zweiten Spiel. Also, come on, vier Touchdowns, 283 oder so irgendwas, in Wirklichkeit grundsolide. Und Hand on Hurt, ich bin froh, auch er, dass da eben Out steht und dass er ein österreichischer Quarterback ist. Und er ist, ja, ich sage es, wie sie ist, er ist der Beste in der Liga jetzt. Es muss so sein und es ist so richtig drüber gefahren. Mörderisch. Schaut so solid aus, eben auch nach dieser Verletzung und so. Ja, da muss er mal so zurückkommen und dann gleich wieder das machen. Irre, irre, wirklich. Also, wow, wow. Und ja, natürlich, dann kommt der Feind dazu. Dann kommt dazu, dass Kevin Woiter ein Punisher ist, wirklich. Also, wenn der, wir sehen diese Stretch-Plays und so, wenn der irgendwann einmal so nahe der Sideline ist und dann ein DB-Auftack, also, da habe ich wirklich immer kurzfristig Panik, wirklich. Und ich bin wirklich auch schon gespannt, wird ein Mörderspiel nächste Woche, ich möchte nicht zu weit vorgreifen, aber gerade das, die DBs der Dragons gegen dieses White Receiver Core, gegen dieses Passing-Game, ist irre lang, irre wird das. Ich glaube auch, also das wird ein absolutes Top-Spiel, wir werden da nicht noch kurz danach darüber reden, aber ja, die Vikings sind voll in Form. Also, das muss man schon noch sagen, das Spiel wurde dann noch knapp, es ist ja im 28-22-Ausgang, aber ich habe abgedreht, wie ich den 28. Punkt von den Vikings gesehen habe, weil ich dachte, da passiert nichts mehr. Da waren da noch Onside-Kicks dabei, was ja auch ganz, ganz wild war. Die Partie wurde noch dramatisch, aber Stoney waren angeblich auch viele Backups dabei, das ist mir aber auch dann egal, das lasse ich auch nicht gelten, ist wurscht, play your game. Bevor wir zu den Vikings nochmal weiterreden, dann auch schon in unserer Vorstellung für nächste Woche, reden wir über die Prager und reden wir über die Verfolger allgemein. Wie weit sind die Verfolger weg von den zwei Wiener Teams? Weil die sind die Favoriten, das haben sie wieder bestätigt. Wer kommt dahinter und wie weit ist dieses Gap? Ist es so, dass Prag einen guten schlagen kann? Könnte Graz einem der Wiener Teams einen Haxl stellen? Was sagst du? Schau, dieses Spiel jetzt vom Wochenende, aus welchem Grund auch immer, das hätten sich die Vikings dann selber zuzuschreiben, aber es ist eben nicht unser Bier und nicht das Bier von die Prager. Wenn du das dann verlierst, unnötig, das erste Spiel gegen die Giants, das kannst du vielleicht auch ziehen, mit ein bisschen an Glück, aber ich sag dir trotzdem, ich glaube diese Woche gegen die Ducks, die Panthers, die Ducks zwei Wochen nicht da, Schane eben schon, das kann ganz böse ins Auge auch gehen. Da kannst du auch gleich wieder eine draufkriegen und drei Spiele hinten, das ist halt dann schon ein mieser Start. Kann man sagen, was man will. Sie können natürlich irgendjemandem schlagen, das ist ja eh klar, aber wenn du drei Spiele hinterherhängst, da bin ich aber dann schon gespannt, wie sie das dann noch so auf Spur bringen wollen. Also so, wir haben zuerst vor der Saison oder vor zwei Wochen eben gesagt, weil Schanigan und so weiter sind eher zusammenbliebende Core dieses Teams und wir hätten eigentlich glaubt, dass die von Anfang an so marschieren wie letztes Jahr. Ist auf alle Fälle nicht, sieht man eh. Und jetzt, ich sag dir ganz ehrlich, die sind angezählt, die sind angezählt, weil diese Woche, ich glaube eh auch gleich wieder im Ducks Pond. Also, willst du spielen gegen ein Team, das zwei Wochen lang zugeschaut hat und jetzt einfach nur noch raus will, daheim in ihrem neuen Facility-Ding. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist sehr haarig. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Verfolger einen Schritt doch weiter hinten sehen, dass ich es gedacht habe. Da muss ich so ehrlich sein, ich glaube, die zwei Wiener Klubs sind einen Schritt voraus, den anderen, das ist glaube ich klar. Und dann wird es eben spannend, wahrscheinlich zwischen Graz, Prag und auch den Raiders. Die nehme ich da jetzt einmal rein, wir haben die Salzburger noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Raiders werden um die Playoffs mitspielen. Ich glaube, das wird ein spannendes Duell eben um diese anderen Playoff-Plätze nach den Wiener Vereinen und ob dann in einem Playoff-Spiel, ob man dann da in einen Hax erstellen kann, das wird man sehen. Prag gefühlt, was mich überrascht hat, war, dass eben das noch nicht so rund läuft, obwohl eigentlich vieles gleich geblieben ist. Ohne die Personalsituation genau zu kennen, hat mich das ein bisschen gewundert, weil wir können uns erinnern, das Playoff-Spiel, da war die Prag eigentlich vorne und da haben wir eigentlich fast gedacht, ich war der Meinung, dass die Prag das gewinnen werden. Schaut jetzt eben nicht so aus, auch von Jernigan jetzt nicht so unbedingt MVP-Spiel derzeit. Habe ich auch gesehen, in der ersten Halbzeit viele Bälle fallen gelassen, dort das Receiving-Core wirklich wild, was da teilweise aufgeführt worden ist. Und bei den Grazern, sage ich ehrlich, bei so einem Regenspiel kannst du wahrscheinlich noch nicht so, sagen wir mal, sagen, wie gut die wirklich sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn die dann wirklich gegen einen dieser Favoriten spielen. Das wird ein Traum, aber alles in allem muss ich sagen, ich glaube, die Verfolger sind einfach nochmal einen Schritt hinten. Das ist aber nun mal so, heißt aber nicht, dass es deswegen nicht spannend sein kann. Und so wie es ist, bring your game. Es ist keine Serie, es ist kein Best of Seven oder sonst was. Wenn man einen guten Tag hat, kann man wahrscheinlich auch einen großen Ärgern oder ihn vielleicht sogar schlagen. Ja, natürlich. Aber ich sage ganz ehrlich, Kopf, du weißt das, ich kippe so rein auf diese Sache. Du bist halt dann schon, du bist ja schon Hass, du bist ja dann schon Ding. Und dieses Mental-mäßige, Mental-Game, das zart dich halt dann runter. Alles ist doppelt so hart, doppelt so weit, doppelt so ding. Wird wirklich, ich glaube ganz ehrlich, ganz schwierig, ganz schwierig, dass du da jetzt noch einmal so richtig on fire kommst und das noch einmal so richtig hinzeigst, hey, wir sind da. Dann, Stoni, kommen wir zu, natürlich habe ich es da nicht eingestellt, ich bin nämlich so ein Drittel. So, da haben wir es aber jetzt, schau hier auf, Stoni. Ah, okay, die Raiders spielen gegen Prag. Jetzt ist es genauso. Da haben Sie Glück, die Prager. Aha. Da haben Sie Glück. Warte mal, Stoni, das würde dann ein Clip, deswegen lass mich kurz einmal so einleiten. Stoni prediktet die AFL-Runde Nummer 3, Stoni, das erste Spiel, die Raiders zu Hause wieder gegen die Prag Black Panthers. Die Black Panthers, jetzt einmal wirklich, da muss ein Statement-Sieg her in meinen Augen, weil ansonsten, so wie du sagst, Stoni, bei 0-3, ich kenne die Statistik nicht, aber ich weiß nicht, wie viele 0-3-Teams noch in die Playoffs kommen sind in der AFL. Was sagst du? Das ist richtig und ich glaube auch, da gibt es kein Statement-Sieg. Ich sage es, wie es ist, die Raiders kommen da eben mit der breiten Brust aus Wien. Solides Spiel nach dem Start in die Saison, die Jahre sind vorbei, die dunklen, let's go. Coach Bauer, dieses Team, ich sage ganz ehrlich, wird er auf Augenhöhe, aber das gewinnen die Raiders. Aber ich glaube auch, dass wir ein spannendes und enges Spiel sind. Ich würde mich nicht trauen, zu tippen. Ich glaube tatsächlich, dass die Prag Black Panthers schon mit dem Druck, mit ein bisschen Desperation das holen werden. Das glaube ich schon. Und dann, Stoney, das Wiener Dawe, die Danube Dragons gegen die Viener Vikings. Wer gewinnt? Warum? Bleed Purple, ist so. Ey, die Vikings fanden da drüber, sie sind da. Dragons, wir haben es uns ausgemacht. Wir haben das besprochen, meine Freunde. Ihr wisst, wie es ist. Zurzeit noch Grisus. Zeigt es mir, dass die Drachen wehrt. Dieses Mal geht es leider nichts und wenn euch das motiviert, so wie das letzte Mal und wenn euch das richtig Ansporn gibt, wenn ich das sage, dann sage ich es noch einmal. Das gewinnen die Vikings und ja. Wie gewinnen sie das? Deutlich? Wow. Ja, also mein Team interessiert niemanden, aber tatsächlich glaube ich einfach, dass dieses eine Spiel mehr, das die Vikings gehabt haben, dass ihnen das in die Karten spielt. Ich glaube, dass die Danube Dragons einfach von der Leistung her, die sie jetzt abgeliefert haben, so einen größeren Schritt machen müssten, damit ich glaube, dass sie die Vikings schlagen und den traue ich ihnen derweil einfach nicht zu, weil ich nicht glaube, dass sie das im zweiten Spiel schon können. Das ist alles, was ich sage. Und die Vikings haben so dominant ausgeschaut. Also ganz ehrlich, das war so arg. Allein schon, wie die gestartet sind, immer dachte ich so, her ist das. Das ist das stärkste Team zurzeit, aber es ist halt das und das sind es halt immer. Die Dirty Dragons, die gewinnen halt das Spiel, das dann halt wichtig ist und das machen sie ja eh. Die Dirty Dragons. Ey, come on. Jetzt sind sie eh noch Grisus. Liebe Grisus noch. Naja, okay. Wie gesagt, dann haben wir das schon gesagt. Dann die Rangers-Mödelin gegen die Tavis Patriots. Tony, ist das der erste Sieg für die Rangers? Wenn es dieses Spiel gibt, dann machen das die Rangers, ja. Deutlich. Augenhöhe, Klatsche, was machen wir? Ich habe die Delfs noch nicht gesehen, weil gegen die Vikings war ja Augenhöhe. Dann machen wir deutlich, warum nicht deutlich. Wunderbar. Und dann eine Partie. Das ist das Spiel. Das ist das. Das ist vielleicht. Das ist ein Spiel, auf das man sich jedenfalls fragen kann. Die Salzburg-Ducks gegen die Graz-Giants. Die Salzburger eröffnen ihren Duck-Pound, oder wie sagt man das? Der Teich, ne? Der Teich, ja. Der Teich, doch. Der Teich, Tony. Wird der Teich mit einem Sieg eingeleitet? Das glaube ich schon. Und das tut mir halt jetzt leid für die Giants. Ich hätte eher, wenn das die Prager gewesen wären, wären sie richtig rasiert worden. Gegen die Giants wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Aber noch einmal, die warten die ganze Zeit. Die wollen ja schon längst spielen. Und jetzt lasst das endlich raus. Let's go, KD. Come on. Come on, Tristan und so. Die gehen es ja richtig an. Ich glaube, das wird wild. Wird eine Orge-Partie, glaube ich. Und das, glaube ich, wird so, ich glaube, da wird es rund gehen. Endlich einmal so richtig, wieder einmal so ein richtig geiles Shootout. So richtig Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Ducks haben einfach zu viel verloren in der Offseason. Die haben so viel offensiv verloren. Ich kenne keinen ihrer offensiven Skillplayer außer KD, aka KD Stanton. Es ist halt so das Ding, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Grazer, aufgrund der sie eingespielter sind und vielleicht auch das talentiertere Team, dass sie das gewinnen werden. Ich bin hier für Graz. Ich glaube, dass die das gewinnen werden. Superspannend wird das Debüt von Ilshanker. Vielleicht sehen wir den ehemaligen österreichischen Nationalspieler, Fußball-Nationalspieler in der Secondary der Salzburg-Ducks. Allein deswegen zahlt es sich schon aus, dass man da auf jeden Fall einschaltet und zuschaut. Das wird geil, oder? Was glaubst du, wie wird das ich tun? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Als Kicker war das staubig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Besser gegen den Ball als mit dem Ball, so wie ich. Das kenne ich ja. Das ist ja eh auch jetzt Defender. Also passt das irgendwie. Ja, deshalb, ich glaube, vielleicht spielt er das ganz trocken runter. Keine Ahnung, kann ich mir wirklich ganz schwer vorstellen. Okay, dann gehen wir in die Fantasy-Liga, Sonny. Du bleibst bei deinem Quarterback-Kid. Na, come on, let's go! Nach drei Wochen habe ich ihn endlich. Oder KD, natürlich bleibe ich. Und lass ihn auch in den Stern für den Käpt'n. Wunderbar. Was ist mit den Wide Receivers, Sonny? J-Cab, aka Julian Capillari, hat hier sogar noch geschrieben, dass er noch mit dem Hamstring zu tun hat. Er dürfte allerdings die Woche spielen. Wer weiß, wie viel. Aber ich muss, ich muss da, ich muss natürlich Max-Feyrein nehmen. Also das ist jetzt einmal klar. Ich nehme da jetzt einmal fein. Das war klar. Das wäre, ich glaube, das wird ein, der wird, glaube ich, von vielen genommen werden, glaube ich, die Woche. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dazu, ja, gehen wir, gehen wir, gehen wir auch J-Cab. Warum nicht? Ich habe gewartet so lange auf ihn. Ich habe so lange gewartet. Let's go, J-Cab. Come on. Also mir wurde gesagt, ich kann hier auch einfach, ah ja, na. Nein, aber wir wollen ja scrollen, damit auch die ganzen Namen, so das ist ja das Ding. Brauchen wir nicht eingeben. Aber ich könnte Julian Capillari, da habe ich ihn. Ah, da ist er ja schon. Super. So, Sonny, Running Back. Was machen wir da? Bleiben wir beim Back. Ja, dann nehme ich jetzt einmal Kevin Walter, egal, ob es gegen die D-Land der Dragons geht. Das muss man auch nehmen, das ist on fire. Kevin Walter ist eh schon da, ja. Und der andere Running Back? Steve McShane. Das überrascht mich jetzt auch nicht unbedingt, dass du den nimmst. Wobei, ich glaube, ganz ehrlich, ich würde vielleicht, ich hätte was anderes genommen, einfach nur, weil ich ein bisschen Angst habe vor der Vikings Defense. Ja, ich, 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 ja. Angst natürlich, ja. Es sind beide solide, aber ich lasse beide drinnen. Und ich lasse auch Team Tonko. Hey, come on. T-T-6, my man. So geil. Finde ich auch. Ich hätte ihn auch drinnen lassen. Defense, Tony. Bleiben wir bei den D-Land-Rankers. Ja, das nehme ich nicht. Das, 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 das werde ich nicht nehmen. Ich nehme die Rangers. Ich nehme die Rangers, die. Also, der Angsthasen-Pick, wunderbar. Ja, den Tiroler Kicker. Warum nicht? Den Tiroler Kicker. Bleibt gleich da. Squad bestätigen. Wunderbar. Wenn ihr übrigens noch spielen wollt, dann geht's auf pickersquad.com. Dort könnt ihr auch noch euer Fantasy-Lineup bestätigen. Ihr könnt's auch beim Prediction-Game mitmachen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Schaut's vorbei. Folgt's Touchdown-Austria auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Folgt's aber auch uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen und nehmt euch nix vor für den Ostersonntag, denn das wird ein Football-Leckerbissen. Das Wiener Darby live und direkt gestreamt von uns. Übrigens auch gratuliere an alle anderen, die diese Woche gestreamt haben. Ich habe den Rangers-Stream mir auch angeschaut. Sehr, sehr gut. Ich finde, das wäre eine super gute Lösung, vor allem für Content-Creator, die da eben auch mal so etwas machen können und ein Spiel live streamen. Und das hat in beiden Fällen, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Im Sinne, in diesem Sinne, danke vielmals. Tony, die letzten Worte gehören dir. Habt ihr Fragen an egal wem, Vikings, Dragons etc., schreibt das unter diesen Beitrag. Haut's da rein. Schreibt's rein. Ich bin bei beiden diese Woche natürlich wieder ein bisschen so, komm mal, hören wir mal rein, was da so abgeht. Und wenn ihr Fragen habt, die sie euch interessieren, haut's da rein. Ich hoffe, ich lese sie auch noch. Wir können dann hier bei den Kopf-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch-Puch.